Schweifer fragt der Polit-Talk im Norden. Rente mit 70, Schnapps-Idee oder letzter Hausweg aus dem Hotel Kieler Yacht Club. Wir haben ein Rentenkassenproblem, weil nämlich nicht alle einzahlen. Sie lösen damit kein Problem. Wir wollen erreichen, dass ein Fonds existiert, um euch sehr viel mehr Sicherheit zu geben als bisher. Wir müssten eigentlich viel stärker die heimische Produktivitätsentwicklung im Auge behalten. Aber das passiert nicht. Es gibt nur zwei Berufe, wo das funktioniert. Das ist Papst und Bundespräsident. Also natürlich darf derjenige, der länger arbeitet, nicht bestraft werden. Diejenigen, die wollen und die können, sagen können, ich will dabei sein, dürfen nicht davon abgehalten werden. Ich habe einen Hilfpaß gemacht, war liebhaft, war fair. Man hat verschiedene Aspekte beleuchtet von verschiedenen Seiten. Ich habe den einen, dass Menschen hier was mitbekommen haben. Schweifer fragt ist nicht der Mittelpunkt, sondern die Debatte ist der Mittelpunkt. Schweifer fragt, der Polit-Talk im Norden. Samstag, 19. März, 18 Uhr auf DRF1.